Und dann Moinzen zu den VfB News vom 24.8. Ich spare mir jetzt hier den Spruch, wie viele Tabs ich offen habe, bla bla bla. Wir schauen einfach, wie lang es wird. Wir haben natürlich ein paar Themen hier am Start. Mit natürlich Kalajic, Sosa wird immer irgendwie was Neues dabei sein. Auch heute natürlich, wie gesagt, 24.8. Circa 11 Uhr ist der Stand der Dinge. Natürlich war es zu Medic am Start, Antransfergerüchte, generelle Sachen zum VfB. So wie er es gewohnt seit, wir fangen an mit Medic. Ja, die nächste Runde im Poker um Jakob. Medic läuft, auch schon länger her, vom 9.8. der Artikel hier. Deswegen auch wieder an der Zeit für eine VfB News-Folge. Ja, da hat sich jetzt der Stand nicht groß verändert. Da haben wir es weiterhin dran an dem Kollegen, will ihn haben. Pauli will ihn überhaupt nicht abgeben. Und will ihn wohl quasi erst ab 5 Millionen so ein bisschen zuhören, hieß es dann mal. Sky dann berichtet, dass wir um die 3 Millionen bereit wären zu zahlen. Locker bleiben. Der Poker läuft weiter. Und dass wir ihm auch zutrauen würden, Stammspieler zu werden. Also es soll ja als Herausforderer kommen für die Innenverteidigung. Aber scheinbar Potenzial auch quasi auf Zeit, natürlich ein Stammspieler zu werden. So wie Talent halt. Talent bei uns, dass dann immer wieder weiter angeführt wird. So soll das sein bei uns. 3 Millionen, wie gesagt, soll schon das zweite Angebot gewesen sein. Es sieht gerade wohl ganz gut aus, dass es klappen könnte. Ist aber auch schon ein paar Tage alt. Mal gucken. Solange haben wir ja nicht mehr. Transferfenster ist noch offen bis zum 1.9. Ich glaube wahrscheinlich um 18 Uhr schließt. So war es die letzten Jahre immer. Jetzt eben ja einen Tag länger als die letzten Jahre. 1.9. Also noch jetzt heute quasi genau eine Woche noch das Transferfenster offen. Gehen wir zu Sosa. Denn da habe ich mitten im Skript, ich habe es auch in die Instagram-Story reingepackt, mitten im Skript für Karlajic kam auf einmal die Meldung von Sky. Ey, Jungs, Sosa, ja, könnte auch gehen. Kam so quasi gleichzeitig. Deswegen haken wir hier ein paar Sosa-Sachen noch ab. Und kommen natürlich zu den aktuellen Geschichten, zu Sosa noch. Ja, hieß schon lange, dass er uns verlassen könnte. Genauso wie für Karlajic auch. England kristallisierte sich immer mehr raus irgendwie, weil die eben auch die Kohle zahlen können. Da war dann irgendwie West Ham im Gespräch und so Sachen. Main City war mal irgendwie, hieß es einfach die Backup-Option, weil sie ja Kukurella nicht bekommen haben. Da ist jetzt aber, wie gesagt, ja auch Sergio Gomez hingewechselt von Anderlecht. Da war die Frage, spielt er oder wird der Dreck wieder ausgeliehen? So wie es durchklingt, findet Guardiola ihn gar nicht mal so verkehrt. Und er spielt er, beziehungsweise nimmt halt die Rolle im Team an als Backup für da Cancelo zum Beispiel links. Das heißt, Sosa ist bei City raus. Ganz komisch kam auch nochmal so ein Mini-Gerücht auf, dass die Bayern jetzt nach dem Nianzu-Verkauf jetzt an Sosa wieder interessiert werden. Das macht irgendwie gar keinen Sinn, deswegen springe ich da einfach mal weiter. West Ham, die ja auch so ein bisschen in Gerüchten waren, werden ihn auch nicht holen. Die holen sich Amazon Palmieri von Chelsea, also nicht offiziell durch, glaube ich. Aber das Here we go von Fabrizio Romano wurde schon gegeben. Also auch der Klub ist zu. Und dann wurde es auf einmal Italien oder könnte es Italien werden. In den Gerüchten wurde es Italien auf einmal. Kam dann hier von Plettenberg, natürlich rund um Sky und das Sky-Transfer-Update und so weiter. Mündliche Einigung mit Bergamo. So hat Sosa. Das Spiel hat ja gesagt und möchte sich ihnen anschließen. Aber Atalanta muss Spieler verkaufen. Wehandlungen zwischen den Klubs haben noch nicht begonnen. Der VfB wird 20 Millionen mit Prämien. Der VfB würde Sosa und Kalajic verkaufen. Das ist der Stand von Sky. Ja, dann kamen aber auch wieder andere Geschichten auf. Über andere Quellen. Zum Beispiel hier Gianluca Di Marcio, der ja auch ein sehr guter Transferjournalist ist. Da hieß es, dass wir, dass die wohl mit einem Angebot von 12 Millionen Euro plus Boni in die Verhandlungen einsteigen wollen. Atalanta Bergamo und das ist ja mal eine absolute Frechheit. Also ernsthaft. Es hieß ja, es gibt diese mündliche Absprache, dass er uns für 25 verlassen kann im Sommer. Aber man muss bedenken, der Kollege hat noch langen Vertrag, da kommen wir gleich noch drauf. Der hat noch lange Vertrag, hat einen hohen Marktwert. 25 wäre da auch schon fast einen Ticken wenig, aber halt eben die Absprache. Ja, wenn die halt 12 plus Boni zahlen, ist das ja ein Witz. Also so wie es durchklingt, muss Bergamo scheinbar noch gut Kohle dazu holen, bevor die überhaupt irgendwie ansatzweise in die Bereiche kommen. Weil das eben auch, so klingt es ja gerade, kommen wir gleich zu, dass Kalajic ein bisschen fester ist, das Gerücht als Sosa. Oder zumindest die Bereitschaft, die Kohle zu zahlen von Premier League Clubs, wo er Kalajic hinwechseln könnte, höher ist, als eben jetzt von Atalanta Bergamo, die er wohl noch verkaufen müssen. Und wie gesagt, wir haben nur noch sieben Tage. Also gerade, wenn man dann weiß, gut, Kalajic geht, dann muss man ja Sosa noch weniger abgeben, doof gesagt. Offiziell müssen wir eh beide nicht mehr abgeben. Wir haben ja wohl scheinbar schon genug eingenommen. Aber dann ist es eben noch unnötiger, auch noch Sosa abzugeben und eben auch vor allem für den Sportpreis abzugeben. Also wenn eben jetzt wirklich Kalajic gehen sollte, irgendwann die Tage oder so für 25 Millionen, 20 bis 25 Millionen, dann kann man das ja so entspannt abheben. Da von Bergamo kann sagen, ey Jungs, was für 12 Millionen, ich habe gesagt, wie viel 20 plus Boni, die an die 25 gehen. Ruft an, wenn ihr die Kohle habt, sonst lasst uns in Ruhe. So, ganz simpel. Also Sosa, klar, dass die Gerüchte aufkommen. Wäre für mich auch irgendwie, wie soll man sagen, emotional irgendwie ein bittererer Abgang als Kalajic. Also Kalajic auch, wie gesagt, ich habe es ja auch schon im Extra-Video gesagt, nur zu ihm, dass jetzt die Tage online gekommen ist, dass ich ihn extrem hoch bewerte. Der hat extrem viel geleistet, auch für uns sportlich vor allem. War oder ist auch Fanliebling, hat sich natürlich jetzt mit dieser ganzen Wechselgeschichten da, Gerüchtegeschichten und Aussagen da, die immer, ja, einfach immer bockiger wirken, nicht so beliebt gemacht. Und bei Sosa, ja, da hörst du halt nichts, ne? Da hörst du halt absolut nichts, auch wie bei Mangala. Gut, bei Mangala hast du ein bisschen was gehört, aber bei Sosa hörst du halt wirklich gar nichts. Das wäre wirklich ein runder, normaler Abgang, so. Er hat sich im Winter dafür entschieden, so wie es durchklingt, ne? Offiziell wissen wir es ja alle nicht, aber so wie es durchklingt, oder wie es auch ein bisschen gesagt hat, dass er eben bleibt, so, und dann nicht schon im Winter den großen Move macht, sondern eben bleibt und sagt, ich gehe erst, wenn wir hier die Klasse gesichert haben, das wäre schon von der Sympathie her irgendwie doch nochmal ein bisschen der bösere Abgang und auch sportlich der bösere Abgang, weil Sosa, diese Linksverteidiger-Position, dieses Wingback-Ding, der Markt ist nicht so groß, ne? Der Markt ist echt nicht so groß. Da kommen wir auch zu einem Punkt, den Missyland auch absolut, finde ich, auch komplett richtig angesprochen hat bei Sky. Zitat, Borna ist nach den Wechseln von Marc Cucurella zu Chelsea und David Raum zu Leipzig das heißeste Eisen auf der Linksverteidiger-Position in Europa. Und das ist ja auch einfach so. Das ist einfach so. Dieser Außenverteidiger-Markt ist richtig klein, deswegen wird es da auch verdammt schwer, was heißt klein, aber was die Qualität angeht, was wir haben wollen, kleiner als jetzt ein Kaleidisch zu ersetzen im Sturm. Das würde ziemlich hart werden, den zu ersetzen, würde ich sagen, wenn Sosa. Wie gesagt, schon angesprochen, 23 Millionen Marktwert hat er. Er hat noch Vertrag bis 2025, noch drei Jahre Vertrag. Also Marktwert ist ja nicht gleich Ablöse. Drei Jahre Vertrag noch obendrauf. Gäbe es diese Absprache nicht, von der wir alle wissen, dass wir die 25 Millionen oder sowas gezahlt werden können im Sommer und dann passt das. Dann musst du ihn eigentlich für über 30 abgeben oder sowas. Wie gesagt, auch gerade wegen dem Markt von Linksverteidigern. Und jetzt noch zu Bergamo als Klub. Ich habe ja auch Wolves angeschaut gehabt als Klub. Ist einen Tacken besser als Wolves. Stand jetzt gerade auch so ein bisschen so ein mittelklassiger Abnahmeklub, Abnahmeklub, jetzt ohne jetzt irgendwie irgendwas Böses zu wollen. Bergamo, letztes Jahr 8er geworden. Damit gerade so um einen Platz europäischen Wettbewerb nicht erreicht. Siebter Platz wurde ja Florenz und die spielen Conference League Quali. 8er geht leer aus. Aber eben da ist der Unterschied zu den Wolves zum Beispiel. Die drei Jahre davor waren sie jeweils Dritter. Das heißt, das müsste dann Champions League gewesen sein. Weiß nicht, ob die da Champions League Quali spielen, ob sie da mal nicht reingekommen sind. Aber ist eigentlich ein Champions League Platz, soweit ich weiß. Die ist ja gerade auf Platz 6. Aber die hat ja auch erst angefangen, das braucht sich zu bewerten. Deswegen aktuell kein europäischer Verein. Aber natürlich einer, der doch Potenzial hat, auf einen mindestens Europa League, wenn nicht sogar Champions League Platz. Also so von den europäischen Spielen her wäre es eine höhere Chance als bei Kalajic mit den Wolves. Jetzt gerade was Champions League angeht. Dann noch kurz ein kleines Gerüchtchen zum Ersatz für Sosa. Nämlich einer aus den USA. Ganz, ganz wilde Nummer. Wir beschäftigen uns wohl mit De Juan Jones, wenn man ihn so ausspricht. Ich denke mal schon. Von der New England Revolution. Ist Nationalspieler der USA. Ist ein Rechtsfuß. Ist, glaube ich, auch schon ein Tacken älter. Naja, 25 Jahre alt. Auch Anderlecht buhlt um den. Die brauchen ja auch, wie gesagt, einen Gomez-Ersatz vielleicht. Weiß ich jetzt nicht. Wenn ich mir jetzt so sein Profil angucke, das Alte angucke, Marktwert angucke, die Liga angucke, von der er kommt. Würde mich schon wundern, wenn der es am Ende werden würde tatsächlich. Das hat irgendwie, also für Sosa, gerade wenn wir eben auch die angemessene Summe, die angemessene Ablöse bekommen würden, würde ich da schon doch gerne vielleicht in irgendein höherklassigeres Regal greifen. Aber gut, ein bisschen hat ist hier der Fachmann, nicht ich. Aber würde mich schon wundern, wenn der kommt, tatsächlich. Und dann kommen wir zu Karlajcic. Hier habe ich ja schon eigentlich gesagt im letzten Video, nur zu Karlajcic selbst. Jetzt kam noch von Sky dazu, dass der VfB, also zum Beispiel im Transfer-Update, dass der VfB noch zwei Stürmer verpflichten will bei einem Karlajcic-Abgang. Einmal ist scheinbar, bleibt so, die Nummer 1 Ersatzlösung, Zirkzee von den Bayern. Und dazu will er noch ein Talent für die Zukunft holen. Sosa-Nachfolger ist noch unbekannt. Heißt aber halt auch wieder, du hast doch schon viele Talente für die Zukunft. Du hast da einen Fahir, einen Kuhol, einen Kastanaras und so weiter. Wenn der jetzt halt nochmal ein Talent für die Zukunft holt, dann macht er ja durchaus für irgendwen da auf jeden Fall die Tür zu. Also hundertprozentig. Also ich sehe, Pfeiffer hast du auch noch, ich sehe gar nicht unbedingt den Grund, nochmal ein Talent zu holen für die Zukunft. Weil da kommt ja auch noch ein Tibidi zurück im nächsten Sommer, es kommt ein Sanko zurück im nächsten Sommer. Ich würde nicht verstehen, warum er jetzt noch ein Talent holt für die Zukunft. Außer natürlich Talent für die Zukunft heißt, er holt tatsächlich wieder so einen Sanko, irgendeinen 17-Jährigen, der erstmal über die U19 aufgebaut wird oder so. Wer weiß was, Talent beginnt ja schon recht früh mittlerweile. Wenn man es so hört, auch die Bayern wollen irgendwie buhlen um Leute, die 14 Jahre alt sind und sowas. Aber ich würde tatsächlich irgendwie nicht ganz verstehen, dass er nochmal ein Talent holen will. Dass wir Kalajic mit einem guten, von mir aus auch teuren Transfer ersetzen müssen. Genauso auch Sosa sehe ich vollkommen ein. Fände ich okay, auch wenn ich nicht glaube, dass wir richtig dick Asche ausgeben. Das glaube ich nicht. Aber noch ein Talent dann dazu kaufen, halte ich gar nicht unbedingt für möglich. Komme ich darauf an, was das für Talente sind und eben auch, was für ein Talent ist. Und natürlich auch, was Missentat von unseren aktuellen Talenten da vorne hält. Hat sich auch geäußert, Missentat zu Kalajic und zu Sosa, dass es tatsächlich eine Interessenslage gibt aus der Premier League. Dass eben auch die Wolves dazugehören. Bei Sosa gibt es scheinbar noch absolut nichts Konkretes. Und da muss man halt mal gucken. Da muss man halt mal gucken, ob wir tatsächlich am Spiegel am Sonntag gegen Köln dastehen und beide schon weg sind. Das war natürlich schon ziemlich hart. Weil wir gingen ja eigentlich im Sommer davon aus, yo Mangala, Sosa, Kalajic, die könnten gefährlich werden. Da können angegriffen werden. Aber ich glaube, die meisten, ich auch, bin ich ehrlich, gingen nicht davon aus, dass wir alle abgeben. So hieß ja auch eine Zeit lang, der VfB will nicht beide abgeben. Das heißt, der VfB kann sich vorstellen, beide abzugeben. Aber es wäre schon ein Hammer, wenn wir alle drei auf einmal im selben Sommer abgeben würden. Das wäre schon ziemlich heftig. Bei ihm, wie gesagt, Wolves bieten wohl so oder wollen so 20 Millionen zahlen. Wir wollen 25 Millionen. Kalajic hält wohl Wolves für einen guten Klub. Transfer ist absolut möglich, laut den ganzen Quellen hier. Wie gesagt, die Bild hat ja auch nochmal berichtet, dass es 15 Millionen ein Angebot gab für Kalajic. Das heißt, es sind 10 Millionen auseinander. Also da ist man auch noch nicht unbedingt nah beieinander. Auch wie gesagt, hier, David Ornstein, habe ich ja auch schon gesagt, in dem Nur-Kalajic-Video quasi, ist er tatsächlich ein bisschen vorsichtiger in den Formulierungen. Er glaubt, es gibt noch kein Agreement, also noch keine Zusammenkunft, auch was jetzt die persönlichen Geschichten angeht von Kalajic und dem Klub. Es gab auch noch kein Angebot an den VfB und natürlich, dass sie auch im Preis noch ein ganzes Stückchen sich unterscheiden. Und hier nochmal zu den Wolves auch. Wie gesagt, gerade 18. Aber die Saison erst begonnen, brauchen wir nicht bewerten. Letztes Jahr 10. geworden. Das Jahr davor 13. geworden. Davor dann zwei Jahre lang 7. geworden. Das dürfte, glaube ich, beide mal dann irgendwie für, oder irgendwann mal für Euroleague und für, nee, Conference League war da damals noch nicht. Aber ich glaube, für Euroleague können es gereicht haben mal. Die haben auf jeden Fall mal europäisch gespielt, glaube ich. Und davor auch erst aufgestiegen 17, 18. Also es ist eine andere Nummer als Bergamo, würde ich tatsächlich sagen. Auch eben in dieser Liga von der Konkurrenz her eine andere Nummer als Bergamo. Weil, dass die Wolves ernsthaft in die Champions League kommen, in diese Top 4 rein stürmen, ist extrem viel geringer die Chance, als dass da Bergamo wieder wie die letzten paar Jährchen wieder auf Platz 3 landen und damit Champions League spielen könnten. Dazu natürlich Premier League eben die größte Liga, die attraktivste Liga der Welt. Da kann sie natürlich noch mehr ins Schaufenster stellen, als eben jetzt zum Beispiel in Bergamo oder natürlich bei einem Abstiegskandidaten oder Klassenerhaltskandidaten VfB Stuttgart in der Bundesliga. Das ist natürlich ein ganz klares Argument, bleibt natürlich immer stehen. Ersatz könnte natürlich zurückzählen sein, habe ich auch schon gesagt. Da kommt es von dem Bild von heute rein, dass es da Gespräche mit Bologna, Anderlecht und Brücke gibt. Und dass die Italiener, also Bologna, wohl Favorit auf die Verpflichtung sind. Sky meint, wir sind weiterhin Nummer 1 quasi, da können Sie sich das vorstellen. Aber natürlich, wenn Bologna schon die Kohle hat, wir haben sie ja noch nicht. Kalajic muss ja erstmal wechseln, könnte es für Zürkzi auch nach Bologna gehen. Ich habe jetzt Zürkzi jetzt tatsächlich gar nicht unbedingt so die riesigste Meinung. Also ich fände es, ich würde weder abgehen darüber und sagen, boah geil, Zürkzi kommt, heilige Scheiße, was für ein Ersatz. Gleichzeitig sage ich, ich habe ja auch nicht, das reicht mir nicht, das ist mir zu wenig, ich will wen anders als Zürkzi. Ich bin ihm eigentlich recht neutral, so hat er gezeigt, dass er kicken kann, bei Bayern getroffen. Ich glaube sogar auch ein, zwei Spielchen oder ein, zwei Menüchen in der Champions League gemacht. Bei Anderlecht hat er alles zerschossen. Klar, belgische Liga ist noch was anderes, aber er hat schon bewiesen, dass er was kann, ist noch jung. Deswegen, ich wäre nicht abgeneigt von Zürkzi, wenn mir ein bisschen da irgendwer anders hinstellt, bin ich aber auch zufrieden. Das ist so meine Haltung. Und bei Kalajic natürlich, weil Interessenslage aus England, habe ich vorhin vergessen, es ist nicht nur Wolves, es sind auch noch andere Klubs interessiert. Manchester wird immer noch genannt, weiterhin, ich glaube Brighton wird noch genannt oder so. Also zwei, drei Klubs aus England sind dran. Mal gucken, was sich so tut, die Tage, es ist so ein Ding auch jetzt bei den VfB-News. Wenn ich jetzt was rausbringe, wird halt safe heute Abend, irgendwann noch die nächste News zu Kalajic kommen oder zu Sosa kommen, wie es aktuell aussieht. Weil jetzt wird es sich einfach häufen. Du hast noch eine Woche Zeit, jetzt wird es ja wirklich jeden Tag aufs Neue wahrscheinlich, wird sich irgendwo irgendwas Neues ergeben. Das wird jetzt eine ziemlich, ziemlich wilde Phase tatsächlich bis zum nächsten Mittwoch. Bisschen ruhiger hier noch. Zhulinov natürlich als Abgang, nehmen wir auch noch ihn mit rein, hat sein Extra-Video bekommen. Aber hier noch mit rein ist natürlich zu Burnley gewechselt. Nehmen wir auch mit rein, weil wir dann auch eine kurze, ja, kurze, kurze Aktion hatten von ihm nach dem Wechsel. So wie es aussieht, macht er ja schon oder läuft, glaube ich, sein Instagram-Account über ihn selbst, so wirkt es zumindest. Da er sich zuerst tatsächlich bei Schalke bedankt für die schöne Zeit und so weiter und sich von denen verabschiedet. Dann kam der Post, dass er zu Burnley gewechselt ist. Und dann später, man könnte vielleicht meinen, nachdem man den ganzen Shitstorm mitbekommen hat vom VfB, gab es dann auch die Meldung an den VfB, an die Fans, bla bla bla, an Mislintat, dass er ihm die Chance dem Profi-Fußball gegeben hat und so weiter. Da gab es dann da noch das Danke, also passt am Ende des Tages natürlich trotzdem. Zeigt das so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, übertrieben gesagt, zeigt so ein bisschen seinen Charakter. Wenn er sich zuerst bei Schalke bedankt, so ganz beim VfB bleiben, wollte er dann vielleicht doch nicht. Man weiß es alles nicht, man kann nicht in ihn reingucken. Aber das war noch so eine kleine Aktion rund um den Vollzug von dem Transfer. Der kommt noch zu ein paar anderen Gerüchtchen oder generell zu Transferthemen. Hier erst noch zwei kleinere Geschichten, weil wir kassieren tatsächlich bei den Transfers von Leno und Werner. Bekommen wir auch Kohle, die sind ja passiert. Werner zurück zu Leipzig und Leno zu Fulham. Und da haben wir ein bisschen was bekommen, so rund eine Million durch Werner und Leno, weil wir da auch hier diese Ausbildungsentschädigungen zur Geschichten bekommen. Solidaritätszahlung da, dasselbe auch bei Kera. Der ist ja von PSG zu West Ham und da bekommen wir 200.000 Euro. Also jetzt nicht die Welt, aber ein bisschen Kohle haben wir da auch bekommen. Zu ein paar Abgangsgerüchten, natürlich neben Sosa und so weiter, andere Abgangsgerüchte. Fahir gab es einen Artikel vom Kicker, dass da Bröndby und Kopenhagen interessiert sind. Da sprechen sie sogar von einem fixen Abgang, wie gesagt, auch vom 11.8., also ewig her. Aber natürlich, dass die absolut im Leben nicht die 3,5 Millionen zahlen können, die der VfB scheinbar wohl gerne hätte für einen direkten Abgang von Fahir. Mal gucken, ich glaube, es wird zurück im Training Fahir, ob er sich zurückkämpfen kann. Aber es könnte so ein bisschen eine gescheiterte Aktion sein, den zu holen als Vorschuss auf Kaleitsch und so weiter. Dann Verletzungen, nicht an den Kader herangefunden, gefühlt nie gespielt. Könnte einfach so ein bisschen, ja, passiert einmal, dass ein Daniel einfach nicht einschlägt. Das könnte vielleicht bei Fahir passieren, aber mal gucken. Also bei uns nicht einschlägt, der Kollege ist noch sau jung, wechselt woanders hin, geht es da wieder ab, kann alles passieren. Aber bei uns, dass es da nicht so ganz gezündet hat. Dann transfert ich ganz cool, Fan, Philipp Klement zu Kaiserslautern ist ein Gerücht. Gerücht, da ist die Frage, ob der Kollege per Laie geht oder eben direkt für eine kleine Summe. Hat, glaube ich, auch nur noch Vertrag bis 2023. Das heißt, wir müssen ihn auch noch verlängern, um ihn eben auszuleihen, wie bei Massimo zum Beispiel. Ja, also ich glaube eher, dass wir ein bisschen ablösen mit dem, der zu Kaiserslautern geht. Ist aber auch nur ein Gerücht, fände ich aber passend. Zweite Liga, lauter ein cooler Klub, bei denen läuft es auch richtig gut seit dem Aufstieg. Fände ich cool für Klement. Und hier noch, U19-Spieler vom VfB, wechselt wohl zu AC Mailand. Großer Klub, großer Name. Jan-Karlow Simic wechselt wohl zum AC Mailand. Talent von uns aus der Jugend. Wir bekommen wohl, ja, könnten bis zu einer Million bekommen. Satte Ablöse eigentlich tatsächlich auch irgendwie für so einen Jungen noch. Ja, aber natürlich ein Talent, das abgeht. Ein Talent, das dann geht. Sehr schade irgendwie dann doch. Aber gut, mit Mailand hat AC Mailand natürlich auch ein großer, großer Klub, der ihn abnimmt. Mal gucken, was sich so aus der Karriere dann von Simic ergibt. Wir kommen noch zu Silas. Gab es auch ein paar Gerüchte, dass sich auch nichts erhärtet bisher. Aber ich denke mal, es wird schon passieren, dass er eben seinen Vertrag verlängern könnte beim VfB. Er bekommt wohl gerade eine Million im Jahr. Würde dann anderthalb Millionen im Jahr bekommen. Würde das auch sehr gerne machen. Eben auch wie der VfB eben während der Pandemiezeit und natürlich auch während seiner Geschichte mit dem Namen unterstützt hat. Also das ist einfach. Das passt einfach. Silas und VfB, das passt einfach. Hier der STR-Podcast hat auch noch aufgeklärt, weil es manche geschrieben hätten oder das auch in Gerüchten gab, es wird keine Ausstiegsklausel geben in Silas Vertrag. Es hat Sky zumindest irgendwie geschrieben, dass sie ihm eine hohe Klausel gewähren. Haben sie direkt dementiert. Sind so richtige Transfer-Experten geworden hier. Vor allem Ricky hat irgendwie da echt ein paar Connections am Start. Genau, und dass es einfach auch keine Ausstiegsklausel braucht, weil der VfB seinen Spielern bei adäquaten Angeboten keine Steine in den Weg legt. Und dass das nicht stimmt. Also Silas Verlängerung könnte irgendwann passieren. Wäre sehr, sehr schön. Würde uns aber alle drüber freuen. Kommen wir zum Stand der Dinge jetzt dann eben damit so ein bisschen. Denn, weil, wenn sie wirklich beide gehen, wenn Sosa und Kalajic wirklich beide gehen, dann stehst du halt, je nachdem wann sie gehen, gefühlt drei, vier Tage vor Ende von diesem Transferfenster, mit 45 Millionen in der Hand da und brauchst einen Sturmersatz und einen Linksverteidigerersatz. Und da geht es mir gar nicht darum, dass Misseltad jetzt erst drei Tage davor auf Suche geht. Der hat seine Schattenliste, so ist es klar, wurde auch nochmal von Sky bestätigt, dass er natürlich seine Liste hat an Leuten, die für ihn ein guter Ersatz wären. Das ist ja ganz klar. Aber, ja, das wissen dann eben auch die anderen Klubs, die ihre Spieler halt dann an uns abgeben könnten. Das wissen die natürlich. Könnte eine spannende, spannende Endphase werden von diesem Transferfenster. Ich bin auch gespannt, dass es Misseltad gerade vor allem auf dem Linksverteidigermarkt da irgendwie im Kopf hat. Und was hier natürlich auch wieder Ricky geschrieben hat, die hatten ja auch das Gespräch mit Misseltad, dass es für ihn oder für Misseltad mehr Sinn macht, zwei Spieler im Preissegment 3,5 bis 7 Millionen zu verpflichten, als einen für 15 Millionen. Und dass natürlich auch der Sportdirektor gut vorgebaut hat für die Abgänge von Borna und von Sascha. Und, ja, dass die sehr zuversichtlich sind und mehr oder minder können wir auch nicht tun, außer einfach darauf vertrauen, dass er uns wieder gute Leute ranholt, dass wir die gut ersetzt bekommen, ist natürlich alles andere als geil. Weil, wenn eben die Leute nicht direkt schon zünden, die du holst, als Ersatz für Kalajic, als Ersatz für Sosa, ja, dann brechen die halt richtig, richtig Stützen weg da im Spiel. Egal jetzt, auch dass Kalajic da vorne gerade vielleicht ein bisschen außer Form spielt, ein bisschen leblos auf dem Platz rumrennt. Die Qualität ist trotzdem da, er ist trotzdem Topscorer gerade, wie gesagt. Oder wie im letzten Video, nur zu Kalajic gesagt, zu den Transfergerüchten. Was Missetab jetzt halt macht, muss halt sitzen. Weil sonst könntest du wirklich Probleme bekommen in der Saison. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Lange ist ja nicht mehr, wie gesagt, sieben Tage noch. Kommen wir zu so ein bisschen VfB-Mischmasch an Sachen. Nummer 1, nochmal dickes Lob an dieses VfB-Insight-Projekt quasi, an das Format vom VfB. Haben sie jetzt ja auch eins rausgebracht, noch am 11.8. Eben rund um den Alltag vom Zeugwart, rund um den Arbeitsalltag, um den Spieltag. Dann auch richtig schön mit Aufnahmen vom Spiel gegen Leipzig, vom 1 zu 1 mit drin. Genau so muss das. Bunzigerrechte auch genutzt, alles schön, top, weiter so. Also, wenn sie jetzt noch ihre Thumbnails ein bisschen knackiger machen würden, würden sie noch ein paar Aufrufe vielleicht noch mitnehmen. Aber das ist schon sehr, sehr nice, was der VfB da macht. Weniger nice, was wir haben, ist, oder es ist erstmal nice, ist okay, dass wir dieses Z-Spiel gegen Köln haben da in der USA am 19. November. Und da gibt es jetzt tatsächlich, gab es schon Bilder für eben den Verkauf und wie viel das kostet, da im Stadion zu sitzen für das Spiel. Und das ist teuer. Also, die amerikanischen VfB-Fans müssen tief in die Tasche greifen. Aber wenn man da mal so guckt, wenn das so stimmt, dann bis zum 19. November, oder dass man es so bisher auf Twitter gesehen hat, ist das, du zahlst ja mindestens 41 Dollar für so ein fucking Testspiel. Bis hier bei 52, 58, 58. Bei irgendwelchen Special-Dingern bis bei 104 und 143, 156 Dollar. Das ist halt schon richtig fucking teuer. Also, mal gucken, ob das bis dahin klappt. Sonst ist es natürlich für die amerikanischen VfB-Fans vielleicht doch nicht ganz so erschwinglich, sich da so ein Kaktesspiel anzugucken für 50 Dollar. Das ist schon ziemlich hart. Ebenso hart ist, dass der VfB in Rankings dabei ist. Immer wieder auf Platz 3 ist zum Beispiel bei, wo ist die Polizei am schlimmsten und wo ist der Ordnungsdienst am schlechtesten. Da ist der VfB jeweils auf Platz 3. Also, da ist auch durchaus, ja, Potenzial nach oben für die Polizei Stuttgart, für die Sicherheitsdienste und so weiter. Gab es da schon oft genug. Wir haben die Geschichten von Ordnungsdien, die bei Gladbach drauf eingeprügelt haben, auf Gladbach fällen so Geschichten. Ich glaube, bei Köln gab es da das Organisationsverrückte, dass sie da gefühlt irgendwie nicht reinkamen und sowas. Da ist sehr, sehr viel Potenzial nach oben. Was die Orga angeht und was den Sicherheitsdienst angeht. Sehr schön ist hier, NordVPN wird VfB-Partner. Finde ich sehr, sehr nice irgendwie. Das passt perfekt zu den Social Media Auftritten vom VfB. Da werden sie auch künftig präsentiert bei der Mannschaftsaufstellung in den Social Media Auftritten vom VfB. Auch weitere Werbedienstleistungen und so weiter. Das passt genau zu dieser digitalen Weiterentwicklung vom VfB. Finde ich sehr nice. Ist denn die Kooperation quasi, ein Sponsor, wie auch immer. Auch geil, der VfB hat neue GIFs. Der VfB hat neue GIFs. Stehen sie vor diesem roten Brustring, quasi vor dem Heimtrikot-Design mit den Sehenswürdigkeiten oder Wahrzeichen im Hintergrund. Da hast du ein Endo, der da irgendwie, keine Ahnung, einen Hut auf dem Kopf hat, so Geburtstagshutmäßig auf dem Kopf hat. Thomas tanzt da vor sich hin. Wir haben geile neue GIFs am Start vom VfB. Dann hier was, wo wir ein bisschen in Vergangenheit schwelgen können. 22. August hier war der Tweet vom guten VfB-Frankie, der immer wieder seine Frankie-Stadion-Picks teilt auf Twitter, eben mit den Jahrestagen. Heute vor neun Jahren letztes internationales Pflicht-Auswärtsspiel in Rijeka. Stuttgart International, du fielst mir sehr. Ja, das war das Hinspiel damals, dann hat er 2-1 verloren, glaube ich. Und das Rückspiel auch nochmal 2-1 verloren. Ne, 2-2 gespielt. Und das war der letzte Auftritt europäisch im Pflichtspiel. Qualifikation für die Europa League gegen Hahn Karijeka. Hinspiel 2-1 verloren. Ich glaube sogar noch Last-Minute-Treffer von Ibisevic, damit wir irgendwie noch uns halbwegs am Leben gehalten haben. Rückspiel stand 2-1. War ja auch im Stadion im Rückspiel. Ich weiß gar nicht, wie viele da noch im Stadion waren damals. Wie viele Zuschauer waren wahrscheinlich nicht so viele. War so ein Quali-Spiel vor der Saison. War ich auch im Stadion. Und dann irgendwie Eckball gewesen. Alle mit nach vorne aus irgendwelchen Gründen. Traoré verliert den Ball am Mittelkreis. Und dann 90. rennt der Rijeka-Spieler hin. Klatscht es 2-2 rein und du bist nicht in die Euroleague eingezogen. Ja, ist schon eine Weile her. Neun Jahre. Das ist schon echt brutal. Wäre wieder schön, europäisch reisen zu können. Aber bleibt auch für mich. Ich bin noch nie europäisch gereist mit dem VfB. Deswegen bleibt es einfach in dem Sinn auch ein Traum, was das angeht. Aber generell wieder europäisch zu spielen, wäre halt einfach schön. Aber ich glaube da erstmal kleine Brötchen backen. Erstmal warten. Erstmal Klassenerhalt. Erstmal entspannt sich wieder etablieren in der Bundesliga. Ticketing-Infos. So ein paar kleinere Bayern gibt es da jetzt die Karten. Oder gibt es nur noch wenige Karten. Bin ja auch da am Start beim Auswärtsspiel in München tatsächlich. Tun wir uns auch an den Spaß. Mal gucken, was es wird. Wie gesagt, in Köln bin ich auch am Start am Sonntag. Das Spiel gegen Schalke ist schon ausverkauft, was zwischen den beiden Spielen ist. Das Heimspiel ist schon ausverkauft. Für Frankfurt gibt es noch ein paar Tickets fürs Heimspiel. Und auch für Köln gibt es noch einzelne Auswärts- oder einige wenige Auswärtskarten. Da haben wir sogar noch einen Extra-Block bekommen, der auch schon ausverkauft ist. Da kommen wir noch mehr Infos dann natürlich im Vorbericht, der am Freitag kommt. Heute Abend noch. Selber Tag. Wir haben Doppel-Upload später. Da kommt der Vorbericht mit einem Köln-Fan. Wie auch schon letzte Saison, zum letzten Spieltag. Das sind so ein bisschen die Ticket-Infos. Das sollte, wie gesagt, habe ich auch schon rund ums Freiburg-Spiel gesagt. Das sollte, glaube ich, kein Wunder, dass wir die meisten Heimspiele ausverkaufen werden. Wir verkaufen halt 47,5, 48.000 Karten. Dann ist das Ding ausverkauft, weil eben so viele Karten fehlen durch den Umbau bei der Haupttribüne. Florian Müller hat ein schönes Interview gegeben. Nochmal ein bisschen was zum Köln-Spiel gesagt. Man hat wirklich gespürt, dass das ganze Stadion jetzt zusammen dieses verdammte Tor schießt. Also zum 34. Spieltag. Kölner Spieler sind später zu mir gekommen und meinten auch nur, was war das denn bitte? Es war unfassbar. Für Menschen, die nicht im Stadion dabei waren, ist das nicht zu beschreiben. Da war so eine Lautstärke, so eine Wucht, da ist so eine Kraft entstanden durch unsere Fans. Das Tor musste fallen. Aber ich denke auch gerne an das München-Spiel, bei dem man in der Allianz Arena nur unsere Fans gehört hat. Unsere Fans haben uns so gepusht, auch wenn es schlecht lief, über weite Strecken der Saison. Sie haben einen großen Anteil am Klassenerhalt. Dieses Erlebnis wird Mannschaft und Fans wohl für ewig verbinden. Schönes Interview von ihm. Auch schön. Wir haben für die FIFA 23 Zocker, die ja dann, man kommt in dem Spiel eigentlich auch nicht mehr so lange hin, ne? September oder so? Ende September? Keine Ahnung. Wir haben wohl einige Gamefaces am Start. Wir haben jetzt hier schon Kalajic gesehen, Endo gesehen, Mio gesehen. Wir haben wohl einige Gamefaces im Spiel vom VfB am Start, die auch alle recht okay aussehen tatsächlich. Dann auch von gerade eben quasi, von heute früh noch, auch sehr schön. Die VfB-Frauen sind ja bisher noch ohne Sponsor aufgelaufen, ohne Trikotsponsor auf dem Trikot. Der hat ja einfach nur einen roten Brustring. Das ist eigentlich auch ganz geil, auch so die Trikots. Konnte man so leider nicht erwerben, sehr schade. Aber jetzt haben wir auch offiziell was, auch ganz geil. Genau, die Allianz und der regionale Schokoladenhersteller Rittersport, jawohl Junge, aus Waldenbuch, sind Hauptpartner und Trikotsponsor der ersten Frauenfußballmannschaft des VfB. Finde ich sehr, sehr gut. Sehr gute Wahl, vor allem auch Rittersport, einfach irgendwie feierbar. Finde ich gute Sponsorenwahl. Und, hätte ich fast vergessen, der VfB hat heute noch ein Testspiel gegen den FC St. Gallen. Da kann man sogar auch vor Ort hin. Auf dem Trainingsplatz vom VfB. Für alle anderen läuft ab 15 Uhr dann auch die Partie auf YouTube im Livestream live für alle anzugucken. Heute der VfB wird noch ein Testspiel gegen St. Gallen. Warum auch immer, aber Testspiel hoffentlich verletzt sich keiner fürs Spiel gegen Köln. Das ist natürlich auch noch am Start. Und dann sind wir tatsächlich durch für die VfB-News. Halbe Stunde, gute Länge würde ich sagen. Wie gesagt, checkt die anderen Videos noch aus. Die so kamen, die eben nicht in die VfB-News mit rein kamen. Wie zum Beispiel schon ein paar Mal angesprochenes Kalajic-Video mit noch mehr Infos zu ihm. Und natürlich auch, wie schon immer gesagt, wenn ihr noch schneller, noch aktueller am Start sein wollt, für die News zum VfB natürlich viel schneller, als ich es jetzt hier in einem aufwendigeren News-Video zusammenbastle und so weiter, oder in anderen Videos zusammenbastle, auf Instagram gerne das Abo dalassen. Insta-Stories kann ich schnell einfach Screenshot rein damit. Tschüss, da habt ihr die News zum VfB, die aktuellen Bewegungen quasi, alles rund um VfB schneller da. Auch hier auf YouTube gerne, wer neu im Start ist, das kostenlose Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen. Wie immer hier noch mehr fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.